So, da ist das... Test, 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 test! Okay, ein bisschen reden, einfach ein bisschen lauter, ja? Okay. JA! Okay, dann fange ich an, ja? Was geht Leute, willkommen zurück zu einem... Oh, ich bin zu laut. Oh Gott! Was geht Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Brawl Stars mit... Maurice! Nice! Ja. Und, ähm, ja, Maurice, wie lange zogst du schon Brawl Stars? Keine Ahnung. Also, wie seit wie viele Tage zogst du das Spiel? Halbes Jahr. Halbes Jahr! Oh, sehr gut, danke. Wow, okay, perfekt. Perfekt. Das Ding ist, wir haben ein Problem. Und zwar, ich bin laut und Maurice ist leise. Und ich krieg nicht die richtige Mikrofoneinstellung hin. Das heißt, ich werd komplett übersteuern. Aber nur, damit man auch Maurice hört. Maurice, zeig, wie laut du reden kannst. Es geht! Lass ich mir einfach mal ein Schnurrbart unter den Achseln. Ein Vollbart wachsen. Perfekt. Perfekt, Maurice. So will ich das sehen. Und nicht anders. So will ich meinen Bruder sehen. Und nicht anders. Okay, gib mir einen Kuss. Es geht! Also, wir spielen Borsters zusammen. Bist du bereit, nicht zu mir wenn gewinnen? Ja. Okay. Okay. Also, ja, wie gesagt, nur ich spiel das. Ich hatte die App sogar installiert. Aber ich hab nur 1700 Trophäen. Wieso hab ich so wenig? Ich verspreche, ich bin aber besser als das von der Prozente. Ich hab's einfach nicht gespielt. Und wir werden zusammen... Was spielen wir zusammen? Wir spielen zusammen Showdown. Das wird richtig geil. Also, wenn du mehr davon sehen willst, lass noch oben da. Yeah. Abonnier kostet es denn hier. Komm, täglich Videos hoch. Und bist du bereit, um zu gewinnen? Ja. Wir werden noch gewinnen, oder? Okay, dann. Ich bin bereit. Mach auch bereit. Let's go. Okay, ich hab keinen Sound gerade. Also, du bleibst einfach die ganze Zeit neben mir. Oh, ich hab den falschen Charakter. Oh, ich hab den Charakter nicht gewechselt. Okay, also, wir müssen diese Teile machen. Teile aufsammeln. Du kennst das, oder? Ja. Okay, folgt mir einfach. Nein, wo gehst du lang? Komm her, Moritz. Ich bin der Chef, okay? Ja. Okay, du folgst mir und du tust das, was ich sage, okay? Kannst du ein bisschen lauter reden? Ja, okay. Perfekt, danke, danke. Oh, ja, genau. Hol die ganzen Boxen. Let's go. Du kannst ein und nehmen. Ja, ich geh mal über den Boden. Okay, nice. Äh, ja. Was passiert dir gerade? Er ist jetzt schon ein Jahr alt. Sag mal hallo. Oh, ja. Tote, 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 Tote. Oh mein Gott, verdammt. Tote, Tote, Tote. Wir haben ihn, wir haben ihn. Wir haben ihn doch. Yes. Warte, Tote, 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 Tote. Oh mein Gott, yes. Ja. Ich hätte meinen Mund. Hä? Wir wollen. 64 Marken. Bro, ganz kurz. Okay, ich muss mir was überlegen. Ich glaube, man hört ihn gar nicht. Wisst ihr, was ich in das Mikrofon mache? Hierher. Und werde das mal in unser Mund tun. Das wird richtig geil. Ja. Nein. Okay, weiter geht's. Das war die erste Runde. Wir haben... Mach noch eins spielen. Ach du, du bist... Du hast verlassen. Oh, warte, ich will den Charakter ändern. Mach abblechen. Mach abblechen. Oh Gott sei Dank. Okay, ich will den Charakter ändern. Obwohl wir damit gewonnen haben. Oh, ja, ja. Was für einen Charakter soll ich nehmen? Oh, du hast schwitzige Hände, ey. Der? Frank. Der? Frank? Äh, ja. Okay, warte, lass mich den upgraden. Okay, warte, ich upgrade den ab. Okay. Ich habe ihn noch nie gespürt übrigens. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ist der gut? Was kann er? Äh, so, ähm, er macht seinen Hammer auf den Boden. Und dann kommen so welche drei, ähm, ähm, Elektro-Kugeln. Okay. Äh, will ich schon sehen. Mach bereit. Okay, okay, dann let's go, ne? Ja, ist krass. Okay, das ist gut. Warte, ich mach kurz. Das Mikrofon noch näher an seinen Mund. Oh, scheiße. Ja, warte, warte, warte. Ich bewege mich schon, die Gott sei Dank. Ja, warte, ich will nur das Mikrofon kurz. So, damit man nicht hört, okay? Ja. Jetzt hört man mich nicht mehr. Oh Gott, Hilfe! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Oh mein Gott, was? Warte, ich kann nicht. Verbindung getrennt. Meine Verbindung wurde getrennt. Oh mein Gott. Meine Verbindung wurde getrennt. Ich bin tot. Okay, so ist gut. Okay, ich hab's raus, glaube ich. Ich werde mich einfach nerven lehnen. Mein Gott. Okay, auf ein neues. Das war, das war Fail gerade. Ah, wir sind immer noch zusammen. What? Noch bereit? Ja, hab bereit gemacht. Okay, let's go. Uh, okay. Wie gesagt, ich muss kurz gucken, was Frank überhaupt macht. Weil ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also guck. What? Der ist ja, ich weiß ja, dass ich das mag. Hä, das ist ja voll kacke. Was ist deine Ulti? Ähm, also du machst, äh... Uh. Ja, deine Ulti ist, du trägst dich an deinen Kreis und dann machst du dasselbe. Oh, du bekommst den auch. Okay, let's go. Oh, warte, das ist ein Gegner. Tut er ihn? Tut er ihn, tut er ihn, tut er ihn, tut er ihn, tut er ihn um. Uh. Oh mein Gott. Warte, oh mein Gott, scheiße. Scheiße. Was passiert hier? Oh nein. Was war seine Ulti? Was hat er für eine Ulti? Also, er dreht sich einfach so einen Kreis und dann macht er... Ja. Okay. Okay, nächstes Spiel. Ja. Äh, okay. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich hab noch nie gespielt. Sag mal, erst mal, genau, sammle die Teile. Sag mal, einfach die Teile und dann... Oh mein Gott. Ich geh schon mal zur nächsten Box. Oh mein Gott, ey. Ich feier trank ja mal gar nicht, ne? Oh nein, pass auf, wo du dich schockst! Ich bin tot, ich bin tot. Attakier den, attackieren einfach. Okay, wir können den attackieren. Yes. Ja. Okay, warte. Genau, geh da hin. Sehr schön, sehr schön. Wo lässt man die ganzen Boxen? Warte, tut er ihn, tut er ihn, tut er ihn. Ich will jetzt sehen, was man ulti macht. Ich will wirklich sehen, was man ulti macht. Okay. Oh, okay. Warte, kann ich sie... Ja, ich kann sie nochmal zurücknehmen. Okay, verstehe. Warte, kann ich... Was? Was? Hä? Kreis gedreht und dann hast du genau dasselbe gemacht. Hä? Okay. Oh, nice. Ich glaube, wir beginnen der Wege, wenn das hundertprozentig, oder? Ja, hunderttausendprozentig. Okay, komm in die Mitte. Ich hab eine Ulti. Was hast du von der Ulti? Ähm. Okay, da sind die Gegner. Attackier sie. Bam. Okay, warte, ich will meine Ulti einsetzen. Ah. Oh mein Gott. Ah, jetzt verstehe ich. Oh Gott, die kann sogar... Oh, der Typ ist tot. Die kann... Die kann sogar steigen. Der Typ ist tot, ja. Kommst du den. Nice, okay. High five. Bälle. Alles klar, Digga. Also ich werd nicht nochmal Frank nehmen, weil ehrlich gesagt, ich feiere ihn nicht allzu sehr, muss ich ehrlich sagen. Also ich nehm... Ich glaub ich nehm Shelly, oder? Nee, Shelly ist langweilig. Shelly ist eigentlich langweilig. Shelly ist sehr langweilig. Ich nehm Max, mein Liebling. Yeah. Wer ist dein Lieblings-Brawler? Ähm, meiner. Ähm, ich glaube... Bitte. Was hast du da für Brawler? Ich bin bereit. So. Nice, okay. Ich glaub jetzt... Ja, ich mach's einfach so. Man hört mich zwar jetzt mega komisch, aber ist okay. Ja. Okay, ich bin bereit. Let's go. Okay. So. Okay, let's go. Warte, wir gewinnen die ganze Zeit. Wieso gewinnen wir die ganze Zeit? Keine Ahnung, wir gewinnen zu zweit. Also ja, jeder ist zu zweit, aber gut. Wenn ich sage, ich verstehe, dann bedeutet das nicht, dass ich einverstanden bin. Wir sind einfach die Besten da, dann liegt's. Ja. Okay, bam. Sehr schön, sehr schön. Wir bekommen beide Punkte, egal wer das aufhebt. Das ist geil. Pass auf, pass auf. Oh nein. Ich bin gestorben. Warte, du kannst gleich wieder spawnen, oder nicht? Ja, ich komm wieder spawnen. Oh nein, nein. Oh scheiße, Covid. Ja, ich bin tot. Okay, ist nicht so schlimm. Oh mein Gott. Neun Spiel, let's go. 500 Marken. Was für 500 Marken? Ja, meine Quests. Ach so. Nächste Runde. Mal da hin. Ja, mach die kaputt. Heb das auf. Komm, folge mir. Ne, geh nicht immer woanders lang. Okay. Du sollst mir folgen, weil wenn du mir nicht folgst, dann... Ja, dann ist das kacke, weil... Dann stirbst du und dann sterbe ich auch. Moris, nicht weglaufen von mir. Ich stehe hier. Okay, versuch bei mir zu bleiben. Okay, genau. Mach die Kisten kaputt. Da rechts ist ein Gegner. Warte, können wir den töten? Hä? Töten den töten? Oh nein. Oh mein Gott. Nein, ich bin tot. Das war's. Oh mein Gott. Wie lebe ich noch? Oh mein Gott. Warte, Moris, komm zurück. Du hast kaum Leben mehr. Komm zurück, Moris. Nein, schieß mal nicht. Versuch dich zu heilen. Der ist stark. Der Prolader. Er ladet seine Ulti. Ja, der ist sehr stark. Und er ladet seine Ulti die ganze Zeit. Warte, das... Oh mein Gott. Die Gegner kommen von überall. Nein, nein. Ich bin tot. 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 Wollen wir mal andere Modus spielen? Ja, okay. Welchen Modus willst du? Das gibt's hier... Will wir Juwelen jetzt spielen? Ja, okay. Juwelen, ja. Okay, mach bereit. Okay, Bro. Let's go. Okay, also werf ich... Ich... Pass auf die Juwelen auf, okay? Ich bin der Juwelenhalter. Oh mein Gott, der Typ ist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich frag mich nicht wie. Oh mein Gott. Nein, der Typ hat... Okay, warte, bam. Oh mein Gott, yes. Oh mein Gott, yes. Ich bin gestorben. Oh mein Gott, ich muss abholen. Zum Glück mal nicht Max. Nein, nein, ich bin tot. Oh nein, was hab ich getan? Das war so dumm von mir. Wieso bin ich allein gegangen? Versuch die Juwelen zu holen. Ja, versuch ich auch. Komm mit, Digga, her. Komm, komm. Ja, 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 ja. Oh, das ist der Bär, das ist der Bär. Der Bär ist bei mir. Der Bär ist bei mir. Nein, nein. Ich bin gestorben, aber dafür ist er... Okay, ja, ich seh's, ich seh's. Okay, nein. Gott, nein, die bekommen alle. Ich hab eine Ulti. Nein. Nein, ich hab ihn nicht getroffen mit meiner Ulti. Komm schon, komm schon. Ey, dieser Bär, der läuft so hart. Let's go. Ich weiß. Ja, vorne dann. Ich werde die attackieren. Bäm. Nein, ich sterbe. Oh, das war so dumm von mir. Was hab ich getan? Oh nein, sie bauen noch einen Punkt. Versuch in der Mitte zu bleiben. Versuch zu beteiligen. Ja, nein. Komm her, Digga, komm. Oh mein Gott. Ich bin echt Rusty, das kann ich sagen. Oh mein Gott. Stopp, stopp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben alle bekommen. Wir haben alle bekommen. Nein. Okay. Warte. Oh, warte. Ich spinne immer nach vorne. Komm, let's go. Wir können das schaffen, wir können das schaffen. Let's go. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Also, ich bin mir noch nicht sicher. Ich hab... Ja, okay. Oh, ich bin echt Frosty. Ich hab echt länger nicht mehr gespielt, aber... Ja. Okay, wir haben verloren. Das ist nicht schlimm. Ja, wir haben gewonnen. Ja, wir haben verloren. Wir haben verloren. Okay, warte. Ich nehme mal nicht Max, weil Max ist... Ich feiere den Brawler. Mega. Ist mein Lieblings Brawler, aber irgendwie... Ich brauche einen anderen, glaube ich. Für... Welchen soll ich nehmen? Ich bleibe bei Bälle. Jetzt hab ich den Surge. Der sieht ganz cool aus. Obwohl, hab ich den noch gar nicht. Ich hab den noch gar nicht. Ich bin... Ich sponnie wieder in der Mitte. Okay, ich bin hier hinten. Puh. Okay, let's go. Warte, was kann er nochmal search? Oh. Er schiebt mit seinen Dingen. Ah, let's go. Okay, das ist gut. Was ist sein Ulti? Oh, mein Gott. Seine Ulti springen, aber nicht so wie... Ey, ich feiere. Ja, er ist stark auch. Oh, mein Gott. Let's go. Nein, nein. Oh, mein Gott. Nein, ich bin tot, ich bin tot. Ja, du bist tot. Crazy, dass du das schon merkst. Bäm, bäm. Rosa hat mich umgebracht. Oh, mein Gott. Let's go. Hey. Tut er sie, tut er sie, tut er sie. Nein. Tut er sie. Komm her. Tut er sie. Oh, mein Gott. Die sind alle in der Mitte. Wir müssen da hinkommen. Wir müssen da hinkommen. Spring. Oh, mein Gott. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich muss den haben. Ja, ich hab ihn. Ja, 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 ja. Nice. Oh, mein Gott. Wir gewinnen das, wir gewinnen das. Ich mach gleich meine Ulti. Okay, mach das. Okay, ich hab volles Leben. Oh, Gott. Hier ist Rosa. Ich springe. Rosa. Oh, mein Gott. Ich hab sie. Rosa hat sich fast getötet. Oh, mein Gott. Alter, wir haben so viele Sachen. Komm zurück, komm einfach zurück. Komm zurück. Ja. Wir gewinnen das, wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Unmöglich. Wir können das gar nicht gewinnen, das ist unmöglich. Ja, unmöglich, genau. Ja. Let's go. Vier, drei, zwei, ein. Ja, ich geh in den Busch. Ein. Oh, nice. Auf Trophäen. Ich hab meine Quest geschafft. Nice, nice. 500 Marken. Okay. Äh, ja. Ich würd sagen, wir werden das Video vorerst mal stehen lassen, oder? Ja. Das war, wie gesagt, Moody's jetzt erstes Mal, dass wir das richtig aufgenommen haben. Ich meine, das letzte Mal haben wir, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber... Ja, er kann halt natürlich noch nicht so gut kommentieren, aber wenn wir das öfter machen sollten, dann wird er auf jeden Fall besser, ne? Ja. Also, ja. Das war's für das Video. Äh, viel mehr davon, lass mal oben da. Abonnieren, kostenlos, aktivieren die Locken und bis zum nächsten Video. Bye. 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 Bye, 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 bye.